Sieben Jahre moderierte Sylvie Mais die RTL-Tanzhaue, Lestangse, jetzt soll damit Schluss sein. Der Kölner Sender hat sich laut einem Bericht der BILD von der Moderatorin getrennt. Die Niederländerin soll von der Entscheidung am Telefon erfahren haben. Offenbar scheiterten die Vertragsverhandlungen für die neue Staffel, berichtet BILD. Ein Grund laut Mais, vor einigen Wochen teilte RTL mir mit, mein Deutsch sei nicht gut genug, um ein weiteres Mal durch die Show zu führen, sagte sie BILD. RTL hingegen bestreitet diese Darstellung. Richtig ist, wir wollen die Show erneuern und haben uns auch zu Veränderungen der Co-Moderation entschieden, zitiert BILD, einen Sendersprecher. Auf Mais soll die Österreicherin Viktoria Swarovski folgen. Die wichtigsten News des Tages direkt aufs Handy meldet euch hier an. Richtig ist, wir wollen die Schmerz und 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 die Schmerz.